Wo wohnen die meisten Katzen? Im Mietshaus. Ich glaube, hey. Was heisst der Russisch Baum? Dimitri. Sorry, ich muss sicher... Es ist schure kaltes Wasser. Du sollst sicher nicht runter schlucken. Es ist schure kaltes Wasser. So würde ich nicht mehr. Du solltest nichts. Dimitri. Ist es gut? Schauen wir uns an. Ja. Wie sieht der aus? Es hilft gut nicht. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil sie Angst vor dem Kater haben. Das ist doch mega lässig. Nein. Hast du dir den Arm gebrochen? Lass ihn doch von Mel Gibson. Der ist nicht so schlecht. Schottboden ist ein guter. Was steht auf dem Herd und keiner darf es wissen? Top Secret. Wir sind fertig. Falter auf dem Herd auf dem Herd. GratTS Letz mich immer auf, ist es ein soleres Schlagern. Untertitelung des ZDF, 2020